Der ÖVP bietet dem Gouverneur seit zehn Jahren Wilfried Haslauer. Seine Volkspartei hat es geschafft, die Finanzen in Ordnung zu bringen und den Geschäftsort zu stärken. Die 37,8 Prozent des Jahres 2018 in Zeiten von Kanzlerin Kurz scheinen heute nicht mehr realistisch zu sein. Die Probleme im Gesundheitssektor sind auf dem Immobilienmarkt zu groß. Die Klimaziele wurden verpasst. Zusätzlich hat die Politik ein Problem mit einem Vertrauen. Nach Umfragen droht der ÖVP einen Minus von rund 5 Prozent. Der erste Platz wird halten.